Ruf die Scheinen, jetzt kommt Pox Play Minecraft. Ich bin gerade im Video an die Wand reingelaufen. So, ich habe 23 Kohle, ich würde mal sagen, wir könnten mal wieder Steine brennen. Ja, nach oben. Viel weiter runter geht's ja nicht, ne? Ey, wer hat das hier zu verantworten? Was ist das denn? Ich glaube, hier war irgendwas. Eisen oder Kohle oder... Ja, hier habe ich die Treppe nicht fertig gekriegt. Ja, ne, hier ging es einfach nicht die Treppen aus. Och, ja, Mann. Geiler Scheiß. So, jetzt können wir hier wieder schön die Treppen hochlaufen. Wo war die Lava? Die war da unten. Die war hier. Die haben wir schon halbwegs zugebaut. Äh, komplett. Ja, es dauert ja gar nicht so lange, nach oben zu laufen. Nö, tut's auch nicht. Coole Sache. Ja, weil da ordentliche Treppen sind. Was ist ne Dreckstreppe hier? Das haben wir jetzt schon mal geklärt, glaube ich, oder? Suboptimal. So, hieß das schon. Was haben wir denn, wenn wir da draußen? Es ist... tiefste Nacht. Ja, maybe mal schlafen. Wär ne Option. Ey, du verarschst uns doch nicht. Es ist mitten in der Nacht. Du weißt noch nicht mehr, wann Tag und Nacht ist, ey. So ein... Ja, das ist schon ziemlich schwer für so... Naja, Leute mit Gästen defizit. Halt die Fresse. Nein, also... So gut erleuchtet, das bin ich... Beilz dich mal, das ist... Unglaublich, echt, ey. Immer müssen wir auf dich warten. Zack, zack ins Bett. Türchen zu, Tür zu. Wo rennst du denn immer hin, ey? Was, was, was musst du denn mal rumpedonen, ey? Das ist echt unglaublich. Unglaublich. Echt unglaublich. So, ich mach mich dann mal wieder in die Landschaftsgeschaltung. Hö, 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 hö. Äh, achso, wir müssen... Äh, hier, hast du noch Cola, Andi? Dann hau dir auch mal... Habe ich schon in den Ofen getan. Sehr gut, mein Junge, sehr gut. Achso, du brennst hier. Dann brenne ich jetzt Mary Cobblestone. So, davon brauchen wir noch eine Menge. Acht Stück. So, das hier. Pff, da braucht man nicht so viel Cola. Kann man das hier so zusammentun und in die restlichen Öfen verteilen, ja? So. Haben wir noch mehr? Ne, das war es schon hier, ey. Unglaublich. Ähm. Mal sehen, hast du noch... Ah, jetzt habe ich hier... Ach, wir haben ja auch... Habt ihr noch eine Schaufel für mich? Ich habe keine Schaufel. Ja. Keine Schaufel, keine Schaufel. Nichts Schaufel besitzen. Hallo, du musst den Dirt einsammeln. Ich würde mal sagen, wir können mal das Dach jetzt hier ziemlich weit kriegen eigentlich. Hast du Slaps? Ich habe Slaps, ja. Ich habe auch einen Gebranstein. Ja, dann gib mir mal die Hälfte. Hier, du kriegst den ganzen Stack. Oh. Oh, ich habe nur noch einen halben. Und einen Stack. Äh, Dingsdanks. Dingsdanks, wooms. Genau. Wie kommen wir jetzt da gut rüber? Äh. Mann, Mann. Springen. Springen. Abgelehnt an. Äh, Don. So. 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 Und so. Geschafft. Ich springe jetzt echt nicht so top. Ne, ist nicht so top. Komm ich mal zu dir rüber. Ja, aber ich habe so einen tollen Aufgaben gebaut. Ich werde dich fallen gleich. Oh, das war knapp. Das war Intuition. So. Jetzt die ganze Kacke hier rüber. Aber dann haben wir ja eigentlich schon viel von unserem Dach. Meine Slap sind da. Nein. Die Hälfte ist vielleicht. Äh, achso. Ne, muss ich aber erst mal bekommen. Ja, was ist denn hier los? Ah, das hört ja auf einmal auf. Ich habe es doch gesagt. Meine Fresse. So. Ich spreche mir immer die Beine, wenn ich habe. Immer dieser lustige Knack-Sound. Welcher Knack-Sound? Ja. Bei was? Ja, immer noch. Wie bei COD. Da habe ich auch immer das Gefühl, man bricht sich die Beine, wenn man einfach runterspringt. Bisschen tiefer ist. Oh, alles tut man eigentlich. Ich habe hier einen Gottverdammten Stone über, oh nein. So. Ja, ich glaube irgendwie müssen wir auch nochmal mehr Holz besorgen. Eigentlich, guck mal, hier diese Bäume könnten wir ja mal fällen und immer wieder anpflanzen. So als Farm-Style, oder? Farm-Style? Welche die jetzt? Hier, da vorne direkt. Planwirtschaft? Ja, so eine Art. So. Hier noch einen Aufgang. Gebaut. Hat jemand für euch nur eine Schaufel? Äh, nicht für dich. Toddy selber. Echt, Mann? Was bist du für einer, ey? Wir haben schon mal... Wenn ich nur eine Schaufel habe, warum soll ich denn meinen Arbeitsplatz verlassen? Ich bitte keine Schaufeln, aber ich könnte auch gleich mal meine Kacke zum Brennen reinwerfen. Die ich nur so besitze. Äh, ja, fällt mir gerade so auf. Ich habe noch eine Menge geile Sachen, die wir gerade so gefunden haben. Ich habe noch einen sonst Glück. Im Übrigen, äh, dabei sollten wir mal erwähnen, dass jetzt in den Weihnachtsferien wir ein bisschen runterfahren müssen, weil wir teilweise dann im Urlaub sind. Und das ist dann ja immer nicht so geil, wenn einer nicht da ist, das wäre ja ein bisschen oll, dass wir dann weiterspielen. Und mit dem Upload ist das dann auch ein bisschen schwierig. Weil ich habe die langsamste Leitung, aber ich bin derjenige, der aufnimmt und schneidet leider. Und, äh, ja. Deswegen müsst ihr doch immer ein bisschen, äh, warten. Von uns auskommen. Ja, aber ich glaube, das werdet ihr schaffen. Und ich meine, Weihnachten und Silvester sollt ihr auch nicht vorm Computer verbringen, ne? Lasst euch reich beschenken. Und, äh, ja, macht mal was mit eurer Familie. Ja, aber das kann ich trotzdem machen. Ja. So, das Eisnis war fertig. Ja, was, dann bist du da unter der Erde immer. Ja, ich, äh, brenne hier so. Ich mache jetzt noch mehr Öfen, mir reicht es. Weißt du, man kann nie genug Öfen besitzen. So. Ich meine, später haben wir auch genug Platz für Öfen. Die können wir eigentlich auch mal über, über Tage verwenden, oder? Warum nicht? Äh, das hat aber keinen Style. Öfen müssen im Keller stinkieren. Ja, nee, aber nicht, wenn sie... Praktischen Sinn sein. Nein, abgelehnt, Don. Ich bringe jetzt acht Öfen nach oben. Äh, hast du mich gerade geschlagen? Nein. Pass, pass auf, meine... Pass, pass mal auf hier, ja? Jetzt reicht es. Halt, stopp. Halt, stopp. Ja, da war ich wohl früher dran. Oh, und schon wieder mal hier abgeschmiert, ey. Das gibt's doch nicht. Ui, 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 ui. Andi, du sollst die Kacke einsammeln und nicht immer liegen lassen. Ja, ich meine dich, Abi. Oh, Mann. Da geht's. So, das war diesmal mal wieder. Mein Internet. Kannst du mal das Cobblestone für mich nach unten bringen? Kommt nach unten bringen, ja. Also, am Anfang hatten wir nicht so eine Fehlerquote hier, ey. Das lässt echt nach. Ja, ja. In der letzten, folgendes, das ist echt extrem. Ja, das ist ja schon hier. Vor allem in der letzten. Ja, unserer Fail Compilation. Du und dein Treiber, ne? Da war ich ja auch mit dabei schuld. Äh, Cobbl, hier nicht runterbringen. Den kannst du gleich hier reinladen. Rein, wo reinladen? Ja, hier im Ofen. Ich hab doch einen Krieg noch voll. So. Andi, hast du noch Kohle? Du hast ja auch da... Nee, ich hab noch einen Charcoal. Ah, okay. Egal, hier ist jetzt noch was drin. 43. Hallo, hier ist ja gar keine Kohle. Wie soll ich dann hier was machen? Ja, egal. Tu sie erst mal hier oben in die Kiste, dann muss man nicht immer. So. Wir brauchen mehr Steine. Es ist mehr Steine erforderlich. Ich bin dabei, ich bin dabei. Nein, jetzt brauchen wir fast schon wieder Kohle. Äh, lass mal hier grad die Bäume platt machen, wenn mir das so auffällt. Wieso? Achso, fünf Blöcke. Ja, das ist ja so egal. Könnt ihr vielleicht gleich die Bäume nehmen, die hier oben auf dem Hügel draufstehen? Ja, das können wir auch gleich machen. Ja, warte, ich hab keine Axt, ich muss mir eh eine machen. Lass mal die Dinger auf dem Hügel nehmen. Ja, warte, aber die müssen doch auch weg hier. Die stehen doch auch ein bisschen im Weg. Die drei hier so. Ja, stimmt. Ich mach mir erst mal eine Axt. Gönnt er sich. Gönnt er sich. Äh, ich hab nicht mehr Holz. Andi, hast du ein bisschen Holz? Nein, ich hab kein Holz. Deswegen ist es weiter die ganze Zeit nachher Schaufel. Gern, hast du ein bisschen Holz? Hehehe, willst du was schnornen oder was? So, hier, ich hab sogar Sticks, Meister. Ich komm mal rein. Ich komm mal rein. Ich versuche rein. Dickes Ei. Ich muss mir erst mal hier freigraben. Warte. So, die müssen auch weg hier. Zack, zack, zack. Hallo, Holz. Ja, ruhig, Brauner. So, da bin ich. Ich bin die ganze Zeit hinter dir, du Mungo. Och, sag ich, zack, 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 zack. Hier, gönn ihr. So. Bist nett, ne? Aha, Andi, was planst du hier? Hast du eine Schaufel? Nein, ich habe immer noch keine Schaufel. Aber hier hast du zwei, drei, vier, fünf, sechs Sticks. So. Wie soll ich da jetzt hochkommen ohne Schaufel, Andi? Weiß euch nicht, lass dir was einfallen. Warte, ich hab Schaufel. Ja, dann grab uns da mal eine... Grab uns mal, grab uns mal irgendwo eine Leid. Grab uns mal eine Treppe? Ja, aber ich kann mich auch hier so hochdrillen, like, like a thriller, ey. Ja, hätte ich auch nichts gegen, ehrlich gesagt. Bin oben, bin oben, bin oben, bin oben. Ey, Alter, immer am Arsch der Welt, ne? Ne, 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 ne. Wie weit denn so in etwa zurück? Einiges noch, ne? Naja, Andi hat ja schon die Treppe gelängst. Aber es ist ja trotzdem nicht so ein steiler Anstieg. Ja, halt immer zwei. Ah, okay. Ja, also so richtig smooth. So richtig so unauffällig, absolut natürlich. Ja, überhaupt nicht irgendwie verändert. Das ist alles 100% natürlich hier. Psst, naturell, äh, so, äh, da waren immer so Schlammfluten und so. Nein! Bio-Abbau. Oh, richtig getan. Ich hab was mit den Blättern geerntet. Oh, such a dab. So, ich muss, ah, ich hab noch ein Steak, ein Steak und ich habe zwölf Getreide. Woll, pack' dem Brot draus. Kann man nicht, kann man nur craften. Genau, pack'n, kann man's. Aber, naja, vielleicht zeigt uns das ja Notch nochmal, wie man eigentlich Brot macht, wenn man nur Mehl hat. Reinspucken! Tja, bestimmt so ganz feuchtes. Ja, ohne Salz. Ja, ohne Salz, ja, das ist natürlich wichtig, das Salz. Also, ich meine erstmal so ein Steak da draus, da draus zu kriegen. Ja, okay. Oh, ich dachte grad, das fäll' hier ganz nach unten. Durch, durch. Oh, ich fäll' hier grad so ein Urwaldriesen. So, und die wieder hoch. Interessanterweise hab' ich auch drei, ähm, drei Dingstens. Drei Blätter. Ja, Dingstens. Hm, komisch. Ach so. Ich hab' die zum Glück nicht, ich hab' die nicht reingerufen oder so. Ach so, komisch, komisch, ja. Oh, warte mal, wie weit sind wir denn hier dran? Ja, die können auch noch weg, die beiden. So, es wird schon wieder Nacht. Mann, das ging aber schnell. Die Zeit rennt, ne? Unglaublich. Zeit vergeht, man glaubt es nicht. Unglaublich. Kommt, glauben. Äh, 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 äh. Äh, äh. So, ich habe noch 42 Slabs. So. Was haltet ihr eigentlich davon, dass Notch immer diese 48 Stunden Entwicklungsdinger macht? Und dieses, dieses, dieses Mini-Craft, ich, nee, das macht Notch. Dieses Ludum der, ich hatte leider noch gar keine Zeit, dieses Mini-Craft zu testen, aber das interessiert mich echt mal. Mini-Craft? Ja, das, das Thema war wohl diesmal ein, was hab ich schon wieder vergessen, RPG oder so mit Vogelperspektive oder so und dann, äh, wollte wohl so Crafting-Recipes mitnehmen von Minecraft, so in der Richtung, aber ich hab's, ich hatte nicht viel Zeit, das grad zu verfolgen dieses Wochenende. Ja, aber es ist doch dicke Mongo-Scheiße, dass Spiele, die nur so kurz zur Zeit gemacht werden. Ja, aber er hat Spaß dran, glaub ich. Ja, soll mal was Konstruktives machen, nicht solche Spiele, die... Ich meine, er ist Multimillionär, warum sollte er noch was Konstruktives machen? Ja. Okay, er könnte nicht mein Kampf von Multi-Unterstützen. So. Toll, da ist überall Koppelstum drin, keiner hat mehr Kohle. Ich geh nochmal runter. Ist da noch Kohle? Da ist auf jeden Fall noch gebackener Stein, glaub ich. Gebackener Stein. Dickes Ei. Solben, du möchtest mir nicht zufällig helfen, diese Dörtschicht hier von oben abzutragen? So, dann lassen wir das Feuer mal ausbinden, dann verlagern wir das Eis. Ja genau, mach du mal von oben, ich mach von unten. Na egal, das nehmen wir später mit. Wurde die Kohle lieber oben. Muss man nicht mal so weit rannen. Oh. Mal schnell noch was anpflanzen bei unserem Getreide hier. Naja, irgendwann, wobei, wenn wir hier mal unsere automatische Wegspülfarm bauen, dann müssen wir auch nicht Zäune drunter bauen. Aber das finde ich, ich weiß gar nicht, seid ihr sicher, dass das noch nicht gefixt wurde? Also das hat ja einer in den Kommentaren geschrieben. Wenn man Zäune drunter macht unter Felder, dann konnte man immer drüber laufen, weil halt die Laufboxen oder die Hitboxen von Zäunen immer etwas höher sind oder waren. 1,5. Ja genau. Darauf war, denke ich mal, immer dieser Trickproblem. Ach, scheiße, jetzt vergisst du hier die Steps zu kaufen. Laber nicht so viel, mach. Hä? Doch, wir brauchen noch eine Menge. Mach ab, mach jetzt hier nochmal. Das müssten drei Stacks sein, ja genau. Ja, gib mal einen. Ja, komm mal her. Bitte. Ich bin auf der Galle. Ja, ich bin hinter dir, du rennst immer weg. Ich seh dich nicht, ich bin blind. Kian ist paranoid. Nee, wie heißt das, wenn man nur das sieht, was man sehen will? Egozentrisch. Nee, so was. Nein. Gibt da noch einen geilen Fachbegriff für. Genau, brauchen wir eine Trap. Das ist ein richtig kluges Wort. Danke, danke. Danke, Don. Du achtest auch nicht wieder drauf, wer hinter dir ist, ja. Ach, ich hab dir was kaputt gemacht. Nein, du hast einfach so, ja genau, du hast so gebaut, dass ich nicht hoch kann. Nochmal, aber unruft. Das nimmt ja hier schon richtig Form an, ey. Das hast du in den letzten drei Folgen auch gesagt. Passt, ja, ich weiß. Doch, es passt. Nicht, dass man hier gegenläuft, das wäre herbar. Es wäre richtig gut. Und so, alle fertig, dann so. Ey, scheiße, das passt gar nicht mit Galerie und Treppe und so, ey. Kacke. Mann, wird das denn geplant. Ah, ah. Was tust du? Solange du nicht gestorben bist. Unterfallen. Ja. Gibt er noch heute? Ja. Däum hat, glaube ich, hier den Rekord bei uns mit den Toten, ne? Steht, glaube ich, 1-1-3. Däum ist hier der große Verlierer, der andauernd stirbt. Ich bin erst einmal gestorben, glaube ich. Schwachsinn. Wir sind alle gestorben bei dem Zombie. Dann bist du einmal in die Luft geflogen und dann bist du einmal... Du bist dreimal gestorben. Du bist dreimal gestorben und dann bin ich jeweils einmal. Ja, aber nur einmal durch Drunterfallen gestorben. Ja, und? Ja, und einmal durch Lava, aber das passt ja. Siehst du? Dreimal. Das seht ihr jedem. Ja, viele Slabs brauchen wir noch nicht mehr. Oder hinten machen wir ja heutzutage, da kommt ja eine richtige Etage noch hin, ne? Oh. Guck, dass ich sneakke. Kann man das hier wieder abbauen? Hä? Hä? Seit wann kann man denn Slabs 1 Cent abbauen? Das ist... Lol. Du kannst die Slabs 1 Cent abbauen, es wird nicht mehr der ganze Block abgebaut, wenn du zwei Stone Slabs übereinander abbaust. Äh, natürlich wird der ganze Block abgebaut. Hallo, ich mach's doch grad. Ja, mach mal einen drüber und jetzt bau mal ab. Wen soll ich jetzt abbauen? Och, du bist dumm. Nicht den. Den hier. Hä? Was? Moment. Komm mal mit. Ey, es ist auf Video. Es ist auf Video. Du kannst es sehen. Entweder ich bin total blöd oder... Oder einfach nur blöd auf meinen Augen. Warte mal. Ich tippe auf erstes. Ja, also ich werd mir das Video nachher nochmal angucken, dann können wir das in den Kommentaren diskutieren, aber irgendwie bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass das so war. Ich hab's extra nochmal ausprobiert. Moment. Diesem Mysterium werden wir jetzt nochmal... Warte mal. Ist das jetzt... Ach. Scheiße. Jan, wir haben höchstens Krieg an der Baustelle. Ja, ich glaube, das war einfach auf einer Höhe, wo nur ein Block übereinander war. Das kann man nicht so genau sehen, wenn man da alles zugebaut hat. Ja, ja, ja. Jetzt brauchst du nicht herausreden. Ja, ja, ja. Also. Da wir jetzt ja festgestellt haben, dass ich noch nicht mal ordentlich sehen kann und meine Stones, glaube ich, schon wieder alle sind, verabschieden wir uns für diese Folge und sehen uns beim Hallenbauteil 203 Millionen 50 sonst was wieder. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben.